Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 5. August. Sanierungsarbeiten mit Lesern am Wetzlarer Dom, Hackerangriff bei der IHK und Betrug mit Corona-Tests in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Lasertechnik war bereits bei der Freilegung von altägyptischen Zeichnungen in den Grabkammern der Pharaonen im Einsatz, jetzt wird diese auch am Wetzlarer Dom benutzt. Bei der Fassadensanierung am gotischen Turm werden Verschmutzungen am Sandstein mit einem Laser entfernt. Wir haben bereits mit Wasser vorgereinigt, aber nicht alle Verschmutzungen lassen sich so entfernen, sagt Diplom-Restaurator Matthias Dyer, dem die fachliche Leitung der Fassadensanierung obliegt. Es gehe dabei vor allem um mineralische Anlagerungen. In anderen Bauabschnitten haben wir diese Ablagerungen mit dem Mikrosandstrahler entfernt. Aber damit geht immer auch Originalsubstanz verloren. Mit dem Laser lässt sich das vermeiden. Der Laser mache all diese Flächen wieder atmungsaktiv. Wenn Krusten und Übermalungen weg sind, kann die Oberfläche der Steine wieder Wasser aufnehmen und abgeben. Ein 29-jähriger Mann aus Waldsolms, Lahn-Dill-Kreis, soll die 14-jährige Aileen getötet haben. Die Leiche des Mädchens aus Gottenheim wurde in einem See gefunden. Vieles ist in dem Fall bisher noch unklar, inzwischen werden aber immer mehr Details bekannt. So berichtet etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, dass Ailins mutmaßlicher Mörder bereits im April eine andere junge Frau belästigt haben soll. Auf dem Blütenfest in Rosbach vor der Höhe, Wetteraukreis, soll er eine 17-jährige Schülerin angesprochen und danach per Smartphone und durch mehrfache Besuche auf dem Hof einer Schule in Bad Nauheim zur Aufnahme einer Liebesbeziehung gedrängt haben. Anfang Mai sei wegen des Vorfalls Strafanzeige gegen den 29-Jährigen bei der Polizei in Friedberg erstattet worden. Der Staatsanwaltschaft Gießen liegt die Anzeige aber erst seit Dienstag vor, erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Hauptorger auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein-Main-Neckar ist Opfer eines Hackerangriffs geworden und mit ihr alle anderen Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Bei sämtlichen IHK wurden die IT-Systeme heruntergefahren, nachdem ab Mittwochnachmittag verdächtige Aktivitäten bemerkt worden waren. Betroffen sind Systeme der IHK-Gesellschaft für Informationsverarbeitung mit Sitz in Dortmund, die von allen deutschen Kammern genutzt werden. Internetseiten der IHK waren nicht abrufbar, auch Telefonanlagen waren lahmgelegt. E-Mail-Accounts der Mitarbeiter seien ebenfalls betroffen, teilte die IHK Darmstadt mit. Aufgrund einer Cyberattacke hat die IHK-Organisation ihre IT-Systeme aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren, erklärte am Donnerstagmittag Robert Lippmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Darmstadt. Aktuell wird intensiv an einer Lösung und der weiteren Abwehr gearbeitet. Traurige Zwischenbilanz dieses Sommers, in Hessen sind in den ersten sieben Monaten des Jahres elf Menschen ertrunken. Das ist ein Toter weniger als im Vergleichszeitraum 2021, berichtete die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, am Donnerstag. Die tödlichen Unfälle in diesem Jahr passierten in Bächen, Flüssen und Seen. So ertrank unter anderem im Juni bei Biebesheim ein 28 Jahre alter Mann im Rhein und wurde später in Höhe der Städte Mainz und Wiesbaden aus dem Wasser gezogen. Im Juli wurde ein 20-Jähriger, der zunächst als vermisst galt, tot aus dem Egelsbacher See im Landkreis Offenbach geborgen. In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sieben Monaten des Jahres mehr Menschen ertrunken als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von Januar bis Juli 2022 gab es insgesamt fünf Badetote. Im Vergleichszeitraum 2021 waren drei Menschen beim Baden ums Leben gekommen. In den vergangenen Monaten sind im Zuge der kostenfreien Bürgertest bundesweit hunderttausende Corona-Testzentren aus dem Boden gestampft worden. Unter den Betreibern sind auch einige schwarze Schafe. In Berlin beispielsweise haben Betrüger mit falschen Abrechnungen für Corona-Tests nach Schätzungen des Landeskriminalamtes, LKA, mindestens 30 Millionen Euro erbeutet. Und auch in Hessen sowie Rheinland-Pfalz sind den Landeskriminalämtern zahlreiche Fälle bekannt. Die hessische Polizei hat nach Angaben des Landeskriminalamtes im Zeitraum von 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2022 strafrechtliche Ermittlungsverfahren im unteren dreistelligen Bereich geführt, die im Zusammenhang mit Corona-Testzentren gestanden haben. Und das LKA-Heinland-Pfalz erklärt, landesweit wurde bislang in rund 60 Verdachtsfällen von Betrügereien in Corona-Testzentren ermittelt. Überwiegend handelt es sich um Verdachtsfälle des Abrechnungsbetruges, erklärt Pascal Wider vom LKA, und in wenigen Einzelfällen werden die Ermittlungen wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse geführt. Eine valide Aussage zum Gesamtschaden durch die möglichen Betrugsfälle sei derzeit noch nicht möglich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de Redaktion und Produktion